Blaue Plakate, unter anderem in Moskau, wünschten in der vergangenen Woche allen Russinnen und Russen ein glückliches neues Jahr. In der Unterzeile allerdings war nur noch von einem glücklichen neuen Russland die Rede und ein QR-Code verwies auf eine Putin-kritische Internetseite der russischen Opposition. Wenige Stunden nachdem das Parlament am Donnerstag die Wahlen für den 17. März angekündigt hatte, gab das Lager um den inhaftierten Oppositionsführer Alex L. Nawalny mit der Aktion den Wahlkampfstartschuss. Da der Kreml die volle Kontrolle über die staatlichen Medien hat und entscheiden kann, wer kandidieren darf und wer nicht, war die Wirkung nur von kurzer Dauer. Behörden nahmen die Plakate ab und blockierten den Zugang zur Webseite. Nach Ansicht vieler Oppositioneller handelt es sich nicht um eine freie Wahl. Allerdings sehen sie das Wahlkampffenster von 100 Tagen als seltene Gelegenheit, ihre Mitmenschen in ein politisches Gespräch zu verwickeln und die Haltung der Regierung, etwa zum Krieg in der Ukraine, zu hinterfragen.